Stimmt, die Party war so krass, oder? Ja, mega! Mhm, richtig cool. Oh, da ist die Lionel! Schaut! Hallo! Oh, hallo! Wie lange nicht mehr gesehen? Wow! Das waren wir hier. Wir waren auf einer Halloween-Party. Ich weiß nicht, dass es Halloween ist. Also, ich kenne mich nicht um so den Mund. Ah, apropos Halloween. Wollt ihr, dass ihr nicht genug Mumm aufbringen könnt, einmal durch die alte Gruselfabrik hier zu gehen? Doch, das schaffen wir sicher. Was glaubst du eigentlich? Ja, das ist ja. Immer. Schaut mir diese alte Fabrik an. Oh, krass. Ich will ein Mikro. Nein. Nein. Scheiße. Ich will ein mega coole Verlebnis. Bleibt halt draußen. Tschüss. Tschüss. Oh, krass. Schaut mal dort. Die sind Teilchen in einer Welt. Guck mal hier rein. Oh, ich stehe da. Hey, Leila? Leila? Hallo? Scheiße, die Tür geht nicht mehr auf. Das muss man? Hey, hey! Mann, du! Das geht nicht! Nein. Also, die anderen sind drin. Und wir haben sie nur verarscht. Wir gehen natürlich rein. Also, da ist der andere Eingang. Und wir gehen sie jetzt verschrecken. Oh. Okay. Okay. Was passiert da? Okay. Irgendwann noch. Okay. Ah! Ah! Was ist passiert da? Was ist passiert da? Ah! 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 Lena? Hallo? Lena! 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 Das ist die Flussung! Okay. Shhh! Okay. Oh mein Gott. Okay. Das ist... So. Gruselig. Okay. Etwas geht hier vor. Unser Angst. Okay. Oh, wo sind wir? Wartet, wartet. Ich habe eine Taschenlampe. Wow. Schaut mal. Okay, wir brauchen sie nicht mehr. Das sehen wir jetzt noch besser. Was passiert? Was ist da mit dir drin? Hä? Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Schaut! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Oh, bin ich schon los! Wir sind die Taschenlampe. Lassen Sie mich los! Ich hab' nicht nur noch gesagt! Lassen Sie mich los! Ich hab' ihn gelöst! Ich hab' ihn gelöst! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! Lassen Sie mich los! K Untertitelung des ZDF, 2020